Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar wollte ich heute eigentlich ein anderes Video aufnehmen, eine Art Case Opening, nur habe ich heute gesehen dass ich die 350 Abonnenten erreicht habe und dachte mir das wäre halt mal auch wieder ein Grund für einen Giveaway, weil das letzte ist ja auch schon wieder zwei Monate her glaube ich und ja jetzt habe ich mal wieder einen Grund für einen Giveaway und zwar hatte ich schon ein ähnliches Giveaway schon mal, war eine Acura Redline zu gewinnen, nur heute ist das nur mit zwei Acura Redlines, weil da habe ich auf einem anderen Account glaube ich sieben Stück oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre oder irgendwie so halte und deswegen dachte ich mir, ich hau da mal was raus Siehst du, da hatte ich sogar noch einen FD-Line Account, sind beide viel getestet glaube ich, ja genau, ja ist noch keine Sticks drauf oder kein Namedick, Float weiß ich jetzt auch nicht, sind halt ja Acura Redlines, viel testet, ganz normale Und zwar, wie nehmt ihr teil, es ist jetzt ein bisschen anders da als sonst, weil normalerweise mache ich das ja immer über Claim.io, über eine Website Und heute mache ich das, weil ich ja vorhabe, dass ich das für meine aktiven Abonnenten mache, weil es ja als Anlass für 350 Abonnenten ist Und halt nicht für alle random, sondern halt wirklich für die aktiven, was auch meine Videos momentan schauen Habe ich mir vorgenommen, dass, also wie ihr teilnehmt, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein Ihr müsst das Video positiv bewerten, also einen Daumen nach oben auf dieses Video hier geben Und ihr müsst das Video kommentieren, weil unter den Kommentaren werde ich dann über eine andere Website Oder weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren wird, weil habe ich ja noch nicht gemacht auf dieser Website Aber habe ich halt so vor, dass dann random ein Kommentar rausgesucht wird Oder in dem Fall zwei, weil es ja zwei Preise gibt Irgendwie glaube ich rede ich gerade etwas schnell, aber keine Ahnung Ähm, ja das werden halt zwei random Kommentare rausgesucht Das sind dann auch die Gewinner von der Redline dann Und weil ich ja noch nicht genau weiß, wie das, also welche Kommentare da rausgesucht werden Versuche ich das jetzt so zu machen, dass halt nur die Hauptkommentare gewertet werden Und nicht die Kommentare von Kommentaren Also dass wirklich halt nur die Hauptkommentare gewertet werden Und ja, also desto öfter ihr auch kommentiert, desto höher, also desto mehr Kommentare ihr unter diesem Video hinterlässt Desto höher ist eure Gewinnchance, was ich so mitbekommen habe Und ja, passt halt auch auf, dass ihr da keine Sachen reinschreibt So dass das YouTube dann das Kommentar selber als Spam wertet oder gleich selber löscht Weil dann wird das halt auch nicht gewertet, das Kommentar Aber ja, mal sehen wie das funktioniert Wenn nicht, werde ich das nächste Giveaway, was ich machen werde, wieder über Claim.io machen Aber ist halt mal was Neues Ansonsten war es das dann eigentlich auch wieder Und ja Ciao und bis zum nächsten Mal Euer Alex Ja, ganz war es dann doch noch nicht Weil wie ich die Aufnahme beendet habe, habe ich gemerkt Fuck, ich habe gar nicht erwähnt, wie lange das Giveaway läuft Beziehungsweise wann die Auflösung kommt Und zwar habe ich vor, dass das Giveaway bis zum 14. Oktober 0 Uhr, also bis Mitternacht, vor Freitag auf Samstag Die Möglichkeit ist, dass sie halt kommentiert Und dann habe ich halt, sage ich mal, Samstag Zeit, dass das die Auflösung macht Beziehungsweise das Ganze dann bearbeite und rendere Und am Sonntag, den 16. kommt dann die Auflösung von die 2 RK Redlands online Ich hoffe, dass das so funktioniert, dass da nichts dazwischen kommt Falls was dazwischen kommen würde Würde ich das in einem anderen Video Was dazwischen halt noch online kommt Wenn ich das Case Opening oder Matchmaking Highlights Würde ich das darin dann halt erwähnen Aber im Prinzip habe ich es nicht vor, dass sich das verschieben wird Und ja, also nochmal, kurz wiederholt Ihr müsst ein Abonnent sein Ihr müsst das Video liken Ihr müsst kommentieren Desto mehr Kommentare ihr hinterlässt Desto höher ist eure Gewinnchance So, ich hoffe, jetzt habe ich alles gesagt Beim Schnitt werde ich es dann wahrscheinlich eh nochmal merken Falls was fehlt Und ja, jetzt war es dann Ciao und bis zum nächsten Mal Euer Alex So, ich hoffe, jetzt